Erleben Sie Dr. Wayne Topping auf dem Kinesiologie Kongress in Ungarn 2011 in einem Beispiel der Demonstration der Biokinesiologie. Viel Spaß beim Anschauen. Und das ist nicht Unlocking. Das heißt, dass es in Balance ist? Nein, es ist nicht Hypertonic. Es könnte ein proper Balance oder Hypertonic sein. Wie geht es mit Hypertonic? Wie geht es? Und das ist Unlocked. Das ist Hypertonic. Das ist Unlocking. Das ist Unlocking. Das ist Unlocking. Das ist Unlocking. Das ist Hypertonic. Das ist Unlocking. Das ist Unlocking. Das ist Unlocking. Vielleicht ein wheelchair? Hörtchen, dass er jemand mit einem Kinesiologisch geklitten ist? Nein, sie hat eine Muscle gesehen. Weil ihr Spindle Sols macht, dass ihr ihr es auf? Mehr ein Kinesiologisch-Klasse sehen, dass ihr ihr was an zu machen. Sie hat eine Kinesiologisch-Klasse gesehen, weil ihr Muscle ist nicht so sicher, was zu machen. Da ist er eine Kinesiologische Klasse gesehen, weil ihr nicht so sicher, was zu machen. Jetzt werden wir einfach die Rettung gesehen, weil ihr in der Kinesiologisch gesehen habt. Was I'm doing is getting the kneecap and coming into the mid-elastic of the kneecap. And that's unlocking. So now we go to the muscle. Muscle's locked. It's a tenus unlocking. Now how can I prove that this is the imbalance that's causing that muscle test to unlock? One of the things that John Barton discovered was about 99% of the time any imbalance in the body could be corrected temporarily with emotions. So I'll see if that applies to Australians. Megnézek, hogy az Amosztrálokon is működik elsze. Ludlov. Szeretet-szeretet. And that does strengthen, so... Figyelhez. Kiergyel súlyozzat. And... Hall. And that locks. So that's showing. Yeah, so there's a tendons out of balance there that's causing that medialis muscle test to unlock. Tehát ezzel most bebizonyítottuk, hogy ez az én az, ami a mediális izmot lekapcsolta. And I could prove that easily I could just go into that same tendon and say neutral-neutral, just to put it back into its prior state. And then that locks again. Love, love. Neutral-neutral. And most probálj meg, is szeretet-szeret. Semmedes-semmedes. Ok, so we've got the tendon there. And van ott egy ino, ami lekapcsol. Now let's take the rectus femoris over here as another example. Nézzük most a rectus femorisot, itt egy másik példát. So if it's three muscle words, we're going to be able to mobilize it here, if it's not there, then we can pick it up either just where it inserts into the kneecap or up just above the hip joint. Most ugye megnézhetjük, először tesztelhetjük az izmot, és utána vagy a térnél, vagy a csípő izletnél az innakkat is tesztelhetjük. So we've got the muscle out, az izomnak kapcsolt. Now if I point in like that, that doesn't tell me whether we're dealing with the vastus intermedius or the rectus femoris, because the intermedius is directly underneath the rectus femoris. So that alone doesn't tell me which one we have. Ugye ez még nem biztos, hogy elmondja nekem, hogy melyik van a csóval, hiszen a rectus femoris alatt megy a mediánis, úgyhogy ez még az is meg. Let's go down into where the ténél would come in. Nézzük a péld az izmot. So it looks like she has both muscle and tendon. Úgy tűnik, hogy az izom és az én is megkapcsolt. So what we can do is say love, love. Szeretet, szeretet. And that locks. So we need to create movements. I can see how we're able to detect whether we're dealing with muscle or tendon. And then you can follow how we find out whether we're dealing with muscle or tendon. Nem cállam ki. Nem cállam ki. Nem cállam ki! Nem cállam ki! Igen cállam ki! Untertitelung des ZDF, 2020